Mit dem Ohrhan, da fliegt man weiter, so sind wir bereit. Mit dem Ohrhan, kommt die Zeit, nur Gutes zum Tug. Mit dem Ohrhan, der DC Superhero Girls. Oh, große Garka, der Tanz hat begonnen. Nein, nein, nein. Wenn dir das Buffet nicht gefällt, hättest du das doch sagen können. Aus dem Weg, du kleiner Klepper, hier kommen die großen Tiere. Na und wer ist jetzt das große Tier? So ist das also. Jetzt ist Schluss mit der Gastfreundschaft. Ich werde dich meine Wut spüren lassen. Deine Wut stinkt. Mal sehen, was du drauf hast, Karate-Kid. Hat das als Antwort ausgereicht? Oh, ist das toll. Du musst Blackfire und die Koruga-Kids dazu bringen, dass sie aufhören. Aber aufhören wäre die allergrößte aller Schanden, wenn wir tanzen. Was? Oh nein. Tanzen heißt auf Tamaranisch Kampf um die Herrschaft. Und der wird nur dann sein Ende finden, wenn alle auf einmal besiegt werden. Das geht nur durch Teamwork. Und zwar zum Beat der Musik. Dreh auf, Bumblebee. Meine kleinen Schmetterlinge tanzen. Und es ist fantastisch. Und Popping. Und Locking. Es tut mir wirklich leid, dass der Tanz anders war, als ihr gehofft hattet. Trotzdem war es sehr lustig. Hey, äh, Wonder Woman. Ich wollte fragen, ob wir vielleicht tanzen gehen. Sehr gern, Stevie. Hä? Er meinte, dass andere tanzen. Oh, das ist noch besser. Oh, das ist endlich. Da fliegt man weit, dazu sind wir bereit Mit dem Ohan Kommt die Zeit, nur Gold ist zu tun Mit dem Ohan Der DC Superhero Girls